Lehrerin, wenn du dieses Zeugnis deinem Vater zeigst, wird er graue Haare bekommen. Da wird er sich aber freuen, er hat nämlich eine Glatze. Wollen sie den Chef sprechen oder jemanden, der Ahnung hat? Mutti, Peter hat meine Puppe kaputt gemacht. Was ist denn passiert? Ich habe sie ihm auf den Kopf gehauen. Ich habe sie ihm auf den Kopf gehauen.